So Uli, vier Tore in Folge, haben am Ende einen Sieg gebracht. Warum habt ihr da am Ende noch mal so ein Ding hingelegt? Ja, wir hatten ja die erste Halbzeit schon das Spiel eigentlich relativ den Griff gehabt und haben das dann zum Ende hin halt aus der Hand gegeben. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit immer ganz schlecht gestartet. Und am Ende war es dann so, dass wir die Deckungsumstellung und wieder mit der Deckung stabilisiert haben mit zwei leichten Toren. Und dann haben sie immer wieder herangekommen oder in Führung gegangen sogar. Und am Ende, muss ich sagen, haben das dann relativ clever ausgespielt. Warum wart ihr so nervös? Nervös, denke ich, war man nicht. Das Problem war, wir hatten ein bisschen schlechter aus der Kabine gekommen, hatten dann einfache Tore gekriegt, sind in den Zehrtreppen geraten. Und die Halle und die Stimmung ist schon nicht schlecht hier, so dass man da schon erstmal bestehen muss. Okay, vielen Dank und Glückwunsch, du siehst.